hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute habe ich für euch ein spezielles haudi ja ein komplett haudi das heißt wir haben essen und trinken anzeige wie wir sehen können wir haben eine runde karte ja mit ein bisschen verzierung würde ich sagen oben rechts haben wir natürlich noch eine geld anzeige die wir nicht so gut sehen können und darüber haben wir halt alles wo wir unseren rollplay namen also server name eintragen können und so weiter und so fort funkgerät uhrzeit geht auch in echt und natürlich haben wir hier noch die tastenkombination die finde ich jetzt nicht so gut weil sie halt direkt genau immer im bild sind wir haben aber auch noch die möglichkeit auf tab das ganze verschwinden zu lassen ja aber dann fehlt mir natürlich die essens anzeige gut ja falls euch das hat gefällt link ist auf jeden fall unten in der video beschreibung und ich würde sagen wir kommen auch direkt zur installation so wenn wir das ganze heruntergeladen haben dann haben wir hier so ein ordner den ich jetzt gerade nicht habe deswegen gucke ich kurz weil ich habe es ja schon installiert und zwar diesen ordner haben wir dann wenn wir einmal rausholen wieder genau so uns ist natürlich wichtig erstmal die installation das heißt wir loggen uns wieder in filezelle ein und gehen in den resource ordner ja ganz wichtig und hier ziehen wir einfach diesen ordner rein wie ich das schon gemacht habe so dann gehen wir zurück und öffnen die server cfg in meinem fall öffne ich eine andere und hier kopieren wir uns einmal den ordnern am raus ja und gehen ganz nach unten und fügen das ganze einfach hier mit start oder in search und dann leerzeichen und dann den ordnern am ein anschließend müssen wir das natürlich noch speichern und einmal übernehmen so soweit wird das jetzt auch gestartet automatisch und so weiter und so fort aber wir gucken uns noch mal an wo wir das ganze übersetzen können und zwar gehen wir in den html ordner und dann gehen wir auf index ja die können wir einfach einmal öffnen und alles schwarze was hier markiert ist wenn wir halt ins deutsche übersetzen wenn wir das natürlich wollen gut dann haben wir einmal hier noch die waffen bilder ist ja selbst erklärend wenn wir eine waffe in der hand haben dann haben wir unten auch ein bild hier haben wir auch noch mal die logos die wir nicht sehen können nicht gut sehen können genau das ist aber nicht so wichtig am anfang uns interessiert mehr so die config und hier haben wir noch eine SQL die ihr der Datenbank noch hin hinzufügen müsst das solltet ihr eigentlich können gut dann haben wir das wichtigste und zwar die config in der config haben wir halt mehrere optionen hier können wir einmal halt noch einstellen ähm wie viele spieler slots wir haben ja und somit kann man das ganze dann auch machen hier mit können wir das design ändern das habe ich jetzt gerade nicht gezeigt aber das könnt ihr einfach eingeben mit slash in den chat ja slash und dann diesen namen dahinter schreiben und dann habt ihr ein kleines menü wo ihr zwei designs habt einmal das standard design und einmal ein anderes design beide finde ich nicht so schön aber gut genau dann haben wir hier noch ein befehl den können wir auch deaktivieren sowie motor starten können wir auch deaktivieren ja wir können so einiges deaktivieren ja da könnt ihr einfach mit rumspielen und ja dann sind wir auch schon wieder am ende des videos dann würde ich sagen vielen vielen dank fürs zusehen wir sehen uns im nächsten video haut rein und ciao und ja dann sind wir auch noch mal und ja und ja und ja und ja